So Freunde, heute etwas verspätet, aber natürlich erscheint trotzdem die Folge vom Minecraft Adventskalender Tag Nummer 13. Und da hat es gerade geklingelt, vielleicht ist es ja um so zwei, aber nee, das war eine Nachbarin, habe ich gerade so gehört. Mal gucken, was denn heute so im Adventskalender für uns ist. Gestern haben wir ja hier die Krippe gemacht, oder die Krippe markiert, wo wir die gerne hin hätten, so in etwa. Jetzt gucken wir mal, was wir auch heute so machen müssen. So, hier irgendwo, 1,9, 15, 5, 10, 20, nein. Ja, komm, dann gehen wir. Ja, zweite Reihe auch nicht, das heißt wohl dritte Reihe. Da vorne. Okay, ähm. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. So, jetzt aber. Ich mach's lieber mit der Erde. So und so und. So, und da müssen wir davor stehen. Ja. Jetzt nur noch ein Hör irgendwie. So. Tada. Okay, Buch und Feder, wie immer, und drei Diamanten, wofür die wohl heute sind. 13. 13. Begrade die Stelle für die Krippe. Hier hast du drei Diamanten für die Schaufeln. Okay, also ich denke mal, wir müssen heute in dieser Folge, ja, das Ganze so ein bisschen begraden, also auf eine Ebene bringen, dazu, finde ich, machen wir diese Ebene hier am besten, auf der auch der Tannenbaum steht. Das heißt aber erst mal, dass wir uns natürlich Diamantenschaufeln machen, wenn wir schon die Chance haben, nutzen wir die auch und du kommst mal hier hin und haben wir noch, nein, wir haben keine Stöcker mehr, schade, aber egal. So, vier, 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 acht, ach, zwölf, das reicht. So, und jetzt einmal, zweimal und dreimal. Außerdem könnten wir vielleicht mal ein bisschen entleeren wieder. So, es reicht erst mal. Und dann begraben wir das Ganze doch mal ein bisschen. Na, womit mache ich das am besten? Gehen wir ruhig mal so bis hier, das wollte ich zum Beispiel schon nicht. Ach, warum ist es ganz vorne durch? So. Schön alles einsammeln. Schere könnten wir gebrauchen. Naja. Also das geht richtig schnell mit so einer Diamanten-Spitzsacke, äh, Spitzsacke-Schaufeln meine ich natürlich. Manchmal auch zu schnell. Ich hoffe, wir haben genug Platzen mit dem Winter. Da mache ich mir ja so langsam auch schon Sorgen. Aber nee, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Ja, toll, jetzt bräuchten wir eine Schere. Da machen wir es eben auf die wühsame Art und Weise. Also immer schön hier langweilig, langweilig. Och, na, jetzt geh doch da weg, du. Kuh. Vielleicht haben wir es eh geschafft. So, dann hätten wir es. Ne, da vorne mache ich den eben noch weg. Die Diamanten-Schaufel diesmal ist immer noch fast ganz heil. So, das war's für heute und dann bin ich sehr, bin ich wirklich sehr gespannt, was wir denn morgen machen. Das ist wahrscheinlich sehr schwer zu erraten. Ich denke mal, dass wir morgen irgendetwas bauen werden. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich verabschiede mich für diese Folge und sage bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.